Dann können wir ja hier ein bisschen was in der Nähe, die zumindest erweitern. Wo wir wahrscheinlich eh zu wenig verschiedene Häuser haben, weswegen das auch sowieso kaum geht. Ich hätte da einen Job für dich, aber da könnte es richtig zur Sache gehen. Deswegen gucke ich lieber hier, ob hier noch was erweitert werden kann und erweitere die. Es ist nicht wie für eine Firma zu arbeiten, sondern wie einem Freund zu werden. Vielen Dank. Okay, jetzt kann man da sehr ein bisschen versorgen, da muss ich auch mehr darauf achten. Wir haben Ihnen zusätzliche Ressourcen bewilligt. Bitte setzen Sie sie mit Bedacht ein. Werde ich schon machen. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Wir haben das schon vor 33. Der Unternehmenswert ist gestiegen. Transferroute ineffizient. Ursache fehlende Waren. Okay. Okay. kundenanalysen zeigen unerfülltes bedürfnis an bestimmten gütern liegt in der erdrutschgefahr Achtung unterversorgung mit bestimmten verbrauchsgütern entdeckt müssen wir halt wohl noch mal machen ich hätte da einen job für dich aber da könnte es richtig zur sache gehen Elite Stufe und drüber das hier ist Elite ok ich hätte da einen job für dich aber da könnte es richtig zur sache gehen da wir das gar nicht brauchen und da wir das sowieso schon nicht machen können machen wir es einfach auf einfach damit wir schnell einfach durchrushen können um das ganze probleme zu beheben ich glaube nämlich nicht dass es irgendwie auf einem bestimmten siehst du den schlamassel die transmitter erzeugen über eine bestimmte schufe gemacht werden muss sie werden auch noch von schlachtschiffen bewahrt ich würde mir gern von dr eigenbrüller ja das können wir schon alles gut der ist da vorne da müssen wir da vorne hin nur so gut wie nix mit wir brauchen eigentlich nämlich nix ich bin auf solchen schreibstoffen mit sicherheitshalber bereit für einsatz verstanden ich werde möglichst kranker da zum zielpunkt so gesehen ich werde nix dass man bestimmte Schwierigkeiten nehmen muss Feuer frei Waffensysteme bereit Waffensysteme bereit Aufgraden wegeln wir durch sind wir schon beim ersten Feind entdeckt alle bereit machen wir brauchen denn von dem ganzen kram den man hier bekommt brauchen wir jetzt so gut wie nix Kampfstationen Kampfstationen sie greifen an Tja dann müssen wir ja dass wir mehr als ein Gebäude haben Kampfstationen Tja dann gab es schon immer eine Wehr alle zum Einsatz ich kann mich gar nicht mehr erinnern bereit für Einsatz Kampfstationen sie greifen an es waren nur Stahl und Beton Moral lässt sich nicht zerstören Moral lässt sich nicht zerstören das wollen wir mal sehen Ziel bestätigen Tja Tja Genauso habe ich mir das vorgestellt Wunderbar Wunderbar Und noch den Monsoon Neues Schiff Das hast du recht gut gemacht Tocke Sie haben eine Katastrophe abgewendet Vielen Dank Ich glaube ich mal das ist was Neues war Ich glaube ich mal das ist was Neues war nächstes Astronautenteam trifft ein Wir haben tatsächlich eine negat... ...aktive Versorgung was das betrifft jetzt möchte ich hier hinsetzen Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern Zumindest mehr als vorher. Ich habe nicht erwartet, dass jemand vom Management hier auftaucht. Es gibt so viele einzelne Gebäudetypen. Das ist natürlich schon nice, aber man kann halt kaum was ausbauen dadurch. Ist also ein bisschen problematisch. Ich habe nicht die Höhe. Ich habe nicht die Höhe. Ich habe nicht die Höhe. Das war's für heute. Das war's für heute. Ungefähr so eine Art und dann bauen wir wieder dasselbe Prinzip hier auf. Und wirtschaften das ganze vielleicht hoffentlich so, dass wir zumindest erstmal so ein bisschen vorwirtschaften können, sag ich jetzt einfach mal. So, dass wir dann mal so zu unserem Kontolimit kommen, das war natürlich auch mal was. Das ist ganz fein, wenn man so will. Man weiß natürlich auch nicht, welche Gebäude es geupgradet werden müssen. Was soll ich sagen? Es ist einfach großartig. Und hier ist es irgendwie wesentlich einfacher, so an mehr Leute zu kommen als in den anderen Gebieten. Versuchen wir einfach mal ein bisschen das zu erweitern. Boah, lecker mio. Ah, das singt deswegen gerade wieder. Ja. 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 Da. Wir sind ebenso, was wir ebenso.